Ich würd so gern wieder Musik im Stream anmachen, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Das packt mich so ab. Aber hast du das erst gewusst seit dem letzten Mal, als du das erwähnt hast? Nee. Oh ja, ich hab's aber die ganze Zeit halt... Ignoriert. Ja, drauf geschissen halt, was du auch weißt. Ja, hab ich eine Zeit lang auch. Aber mir ist es das einfach nicht wert, ja. Das Ding ist halt, vorher haben sie ja, war es ja eigentlich auch schon verboten, vorher haben sie ja auch schon Abmahnungen bekommen. Die haben nur eine Razzia gemacht gehabt und haben halt ein paar Kanäle deswegen gebannt. Oder auch nur vorgewarnt. Razzia, Alter, das klingt, als hätten wir Drogen irgendwie gefeilt auf Twitch oder so. Wie kommen wir bei der Razzia auf Twitch? Jetzt spicken wir die kleinen Streamer hier. Was hast du hier gemacht? Musik hast du hier gehört? Ab in Knastmüde, du Arschloch. So ein Ding ist das alles.